Hallöschön Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Vor dem Fantasy 13 im Let's Park gab es eine coole Cutscene auf jeden Fall. Und wir haben gegen einen Boss wieder gekämpft. Hey. Hey, wake up! You gotta wake up! Look! Hey, slow down! Ready! You gotta keep you kids safe, right? Ich beschütze euch, Kinder. Ja, selbst. Bist das Beste. Aber die Hunde hätte ich auch alleine töten können. So schwer sind die gar nicht. Guck dir das an. Die sind sofort tot. Und tschüss. Ah, ist schon tot. Die GEMA nur 12 Punkte. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Ich weiß das. Ich weiß das. Aber wir sind nicht Soldaten. Wir haben keine Stamina. Du hast genug, um zu schrauben. Oh, das ist... Du... Vergiss es! Ich denke... Ich würde mit ihr, wenn ich dich wäre. Nachher, dann. Komm schon, gehen wir. Gehen wir zu woher, genau? Die ganze Kuckern gegen uns. Es ist egal, wie weit wir gehen, es gibt keine Erwartung. Das Seath-Clock, es ist noch ein Ticket. Es ist noch Zeit. Du hast es zu schnell, mein Mann. Ich bin nicht zu schnell. Es gibt ein paar Dinge, die du einfach nicht verändern kannst. Ein Kind wie du nicht versteht. Ja, ich bin ein Kind. Ich verstehe nicht. Ich denke, wir können zusammen Fugitiven sein. Du bist bereit? Ich bin bereit! Screw you, Seath! Ineer und Courage. Du warst hier fertig, oder? Screw you, Vanille! Wie es hier auf einmal eins weitergeht. Oh, plötzlich so. Ähm, ja. Gibt es unter uns irgendeine Kiste hinter uns? Wie sehr es einfach läuft. Oh nein! Ich finde das so cool. Das ist cool. Hab ich den Sound jetzt überhaupt? Ja, hab ich. Ich höre ihn ja richtig auf den Ohren. Oh mein Gott! Oh, nein! End of the room. Aber zumindest ist es nicht der Ende der Länge. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! I think a big one's coming. Wow! Wow, we didn't disappoint this year. You look dreamy, Farron. Wishing on fireworks, were you? And you call yourself a soldier. Sorry, Lieutenant. But I really don't think guard duty is my calling, sir. Well, lucky for you, your shift just ended. Back it up and go home. But, sir... Psycom found something in the Vestige nearby. They don't want the Guardian Corps here stepping on their toes. I'm sure you heard about the accident at the Uridate Gorge energy plant, and how it has the Psycom lads in a tizzy. Yeah, more incident than accident. Something pulse-related. You're taking tomorrow off? Sir, for my birthday, sir. My sister, she insisted on it. 21, huh? Maybe it's a good time to send off that letter of recommendation for officer training. Lieutenant! You're past due for a promotion, Farron. Think of your sister. And your future. And, uh... Keep your nose out of trouble. Out of Psycom business, you mean. Yeah. Nothing good will come of it. Nothing but grief. Whoa, look at that one! Whoa, 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 whoa! How right you were, Lieutenant. Just you? For now, I guess. Should we wait? They'll catch up. Eventually. What? Hope has just learned the role of the arguments. The arguments are just with the Fertigkeiten, the... ...sauber. That you don't need to say, Spiel. Brecher, healer... Okay. Okay. jetzt noch mal auf den brecher rauf mater stoß angewandt kräfte und maturige gegner augmenter geht es dann wieder rauf ob er hat valumen gelernt das ist gut weil das schützt gegen zauberangriffe so ich will wieder unsere leiden wo kommst du her mach mal protest und so haupt hier so der zaubert ja nicht ja ich hasse das man sieht viel zu spät wie viel hp die haben man muss sich an die grünen beiden orientieren aber er hilft nicht immer warum ist eigentlich ein guter zauberer halt deswegen sollte man nicht auf heiler verheerung argumentor nur skillen warum ich jetzt sagen man kann später alle klassen skillen von daher aber diese nicht gerade ja die braucht man nicht öffnest du mal bitte die kiste lightning hopps hat auch überhaupt ein ausgesehen war ein eisenreif nur und silber tp kritisch auf der plus war das ist schön haupt das gefällt mir komm her stärkungsattacke swap swamp schlitz der zauberhut heißt wir haben jetzt magie abwehr hoch aber auch wenn wir sie nicht brauchen ich habe sie einfach mal reingehauen wofür hast du jetzt 3120 ohne blitz eis schwächer doppel sequenz hier so muss das weiter geht's hier in pits will haupt voll die schlauch level aber okay gut zu wissen hope so wieder die stärkungsattacke reingeballert zack macht macht er gibt den protest hope jetzt halt zuerst mal hoch hopp hopp was du warst nicht den ich wollte jetzt ist okay oder so kannst du jetzt mal mit deinem voltbohrer aufhören der tut ihm ganz schön weh hier die die sich mit dem gambereich was ist da los bei euch ich glaube mein erster angriff ist von fehlteurt natürlich heiltrank komm her au dum 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 au die die already you know don't belong here good job hope auch wenn ich getötet habe bei mir läuft eben es sind noch mehr gegner was noch mehr wäscher drohen oder wat wäscher drohen und der wuffi Jetzt zackt es hier aber langsam Erstmal den Augmentor wieder reinballern Ich will erstmal die Wäsche drohen Was hab ich gedruckt? Warum? So, Haupt Nicht nur Protest, auch Valum besser Weil ich weiß nicht, was Voltbruch ist Ob das magisch ist oder physisch So Au Was willst du von mir? Voll doof, wir haben nur zwei Buffs-Zauber Au Das hat ein bisschen wehgetan Aber auch nur ein bisschen Jetzt habe ich schon wieder die Feindlichen Knopf gedrückt Ich habe nämlich die HP gedrückt Oh Ba 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 da da Oh Gott, leicht ist ja da ihre HP Die sehen nicht gut aus Doppelsequenz Hier Und geschockt Wie die einfach wieder voll sind direkt Wo Hauptsache ich deine Waffe hinstecke Ich habe keine Ahnung Fragt mich das bitte nicht Komm, wir machen jetzt nochmal schnell das Restarium hier full Zumindest bei Nicht bei Lightning Bei Hope Ähm Du hast gerade dein Heiler dran So Ah, dich muss man doch sogar schocken Damit du Schaden nimmst Damit der Schaden nimmt Muss man den voll schocken Autsch Mehr brauchen wir nicht, Hope So, jetzt nimmt er nämlich erst Schaden Und Ja Wir sehen nur noch nicht Sehe seine Schwäche Aber die ist glaube ich Blitze oder so Leichnen kannst du auch zweimal Dreimal angreifen nur So, um einiges besser So Komm her Doppelsequenz Autsch Und jetzt blitzt deine Schwäche Zeigst du Oh, das In 13.3 wird das dann angezeigt Ob das eben seine Schwäche ist oder nicht Aber hier wird's gar nicht angezeigt Was soll denn der Herr Müll Geschockt Jetzt aber? Nein Tschüss So, 29 Restyle-Punkte Ich hoffe jetzt mal langsam wieder ein Speicherpunkt Ich will speichern Ich will Aufnahmesession beenden Hoi Hey, ich war doch nicht fertig Hey, ich war doch nicht fertig Aber du denkst... Du weißt, wo du gehst, wo du gehst, richtig? Ich bin hier auf Missions 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 Wenn du kommst, dann warum hast du den trennen? Für Sarah Was ist der G.C. doing here? This ops is under Psycum direction. So direct me. Let me on. I want to be purged. If only Sivs get purged, Sanctum staff and soldiers are exempted. Then I quit. Line up! Excuse me. Hey, lady. What gives? I volunteered. Really? You don't look ready to go quiet into that good night. You want quiet? You better take the next train. Well, now I really want to see what you're up to. I had to rescue Sarah before they transported the vestige to Pulse and out of my reach. My only chance to save her was to join the purge. You're telling me you got on that train so you could save your sister? That's crazy. I could never do something like that. It's not a question of can or can't. There are some things in life. You just do. Easy for someone like you to say. Lightning. Lightning! Lightning! Sie hat mich verlassen. 1, 2, 3... Wir gehen! Was hast du da? Hey! Warte! Oh, ich kann nicht mit dieser Mädchen arbeiten. Sehr ruhig, ich will speichern. Hauptsache... Ui! Und dann... Ui! Guck doch nicht hin, du blöde Pieser! Der Schu-Jubu ist das Beste. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Paar. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!